Der Baustart für das künftige Pflegeheim hinter dem Einkaufszentrum gegenüber dem Zoo ist für nächste Woche angekündigt worden. Wie die Bauverwaltung mitgeteilt hat, seien erste Erdarbeiten geplant. Bis zum Juni würden die archäologischen Erkundungen erfolgen und ab Juli dann die Gründung. Die Diakonie plant am Standort einen Neubau für rund 7,5 Millionen Euro.